Jo, ihr Schlingel, mein Partner Vibe und ich haben ein nices Gewinnspiel am Start. Ihr könnt unter anderem eine Cap von mir gewinnen, eine handzignierte Autogrammkarte, die neuen Kopfhörer fürs iPhone. Sehr, sehr nice, wie ich finde. Das, was ihr dafür machen müsst, ist relativ einfach. Ihr folgt einfach GoVibe auf Instagram, schaut bei denen in der Instagram-Story vorbei, um alle Herausforderungen zu erfüllen. Und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr, was Fettes. Also folgt GoVibe und korrekte Aktion. So, ich bin noch auf dem Weihnachtsmarkt. Inscope ist dabei. Ich habe ihnen ein Herz geschenkt. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Baby. Heute Abend werde ich dich richtig hart rannehmen. Wer Dayrandom ist, weiß ich nicht, taugt nur zum Kameramann was. Und hier ist der weltberühmte Memo. Mit 5 O hat heute, nee, gestern Nacht die 100.000 im Stripclub geknackt. So, und wie ihr hier sehen könnt, ich mache gerade meinen allerersten IRL-Stream. Da seht ihr es, wie viele Zuschauer haben wir gerade. Ich sehe es gerade. 43.000 Leute am Start. Perfekt. Oha, Digga, was für ein Auto, Alter. Was ist denn da für ein geiler Typ am Steuer? Sag mal her, wer ist denn das? Ey, was macht der? Der rast ja, Digga. Wer ist denn das, Alter? Ist das Memo gewesen oder was? Sascha, Nico, Memo. Oh, ja. Freunde, Montana, Weise ist jetzt online. Ihr könnt vorbeikommen auf Twitch. Digga, ich komme hier mit ihm, gehen wir den Klack um an. Was ist das? Also ein wahrer Experte am Werk wieder mal. Sascha ist auch dabei. Memo mit 5 O. Wer hart arbeitet, muss sich auch belohnen. Die Scheine in den Automaten stecken und bei Blackjack die Chips heben, ist anstrengend, Digga. Oder, Memo? Ja. Oder, Nico? Direkt süchtig oder was? Ich nicht mehr. Du weißt ja, ich wollte auch Suchtberater werden. Also, falls du Fragen und Hilfe brauchst, geh nicht spielen, Digga. Waren die Suppe nicht immer größer? Ja, heute ist die Suppe relativ klein. Sascha, ich bin noch am Story machen. Hey, können wir noch mal eine zweite bestellen, Digga? Ja, bestell ihn noch. Das ist Sascha. Sexy. Man kennt ihn ja wenig, dass man ihn ohne Käppi filmt. Bei dir läuft aber, Sascha Balenciaga, Alter. CPM ist stabil bei ihm. Aber, Sascha. Vielen Dank.